Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ladi arsara rasulahu bilhuda wa dinil haqqil yuthirahu ala dini kulli wa laukerian mushrikun wa salatu wa salam ala ashraf il anbiyai wal mursalin nabiyina muhammadu ala ali wa sahbihi ajma'in Möge Allah, der almasche Gott, diese Sitzung zu einer Sitzung machen die uns allen ein Nutzen bringt dass wir mehr Wissen bekommen von dieser Religion und möge er uns ein Glas geben in dieser Sache Amin Das Thema, was ich gewählt habe, ist die Erklärung von Ayat al-Kursi beziehungsweise nicht nur die Erklärung sondern auch über diesen Vers einfach zu reden was dieser Vers für den Muslim bedeutet und was der Vers bei dem Muslim bewirken soll wenn er diesen Vers wirklich verstanden hat viele Menschen oder viele Muslime kennen Ayat al-Kursi auswendig die meisten vielleicht sogar aber die wenigsten wissen wirklich, was steckt dahinter und man wird heute sehen wie viel Weisheit im Koran steckt in einem einzigen Vers dass man über einen einzigen Vers stundenlang sprechen kann und das zeigt uns dann dass wir wirklich den Koran wie betrachten müssen mit Tadabur mit darüber nachsinnen nicht nur einfach den Koran lesen wie ein Brief sondern dass wir wirklich den Koran lesen sollen und versuchen sollen zu verstehen, was das ist und ich gebe jedem wirklich den Tipp ich habe letzte Woche noch mit einem geredet der Muslim geworden ist ein Deutscher er hat gesagt, er hat den Koran in einer deutschen Übersetzung gelesen und er sagt, sein Herz fing an zu fliegen das ist eine deutsche Übersetzung überleg dir mal, wenn du jetzt noch das richtige Verständnis hast das, was ich heute euch rüberbringen will sind die bescheidenen 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 Bemühungen, die ich gemacht habe da ich mir von einigen Gelehrten einige Sachen rausgepickt habe wenn jetzt hier ein Gelehrter sitzen würde der wirklich schon jahrelang dabei ist und studiert hat und bei Schuyuk und so weiter gelernt hat dann würde man sicherlich noch mehr Nutzen haben aber man wird heute schon sehen wie viel dabei rauskommt ich habe dieses Thema auch angesprochen weil für mich ist es immer sehr schwer auszuwählen das Thema auszuwählen wenn ich nicht genau weiß mit was für einem Publikum ich es zu tun habe zum Beispiel habe ich schon des Öfteren einen Vortrag umgestellt weil wenn ich beispielsweise einen Vortrag für Muslime vorbereitet habe und dann sehe ich auf einmal dass das Publikum hauptsächlich aus Nichtmuslimen besteht oder dass da viele Nichtmuslime auch vorhanden sind dann hat es natürlich keinen Sinn wenn man über ein Thema redet zum Beispiel wie macht man die Gebetswaschung weil ein Nichtmuslim wird nicht großartig interessieren wie man die Gebetswaschung macht sondern ihn wird interessieren was ist Islam deswegen ich wusste heute auch nicht habe ich es mehr mit Muslimen oder mehr mit Nichtmuslimen zu tun deswegen habe ich dieses Thema ausgewählt denn ich denke dieses Thema dieser Vers ist sowohl etwas für Anfänger als auch für Fortgeschritten als auch für Nichtmuslime warum? weil als allererstes ist es für den Muslim und für den Muslim sehr entscheidend und die Muslimer zu wissen was rezitiere ich überhaupt Ayat al-Kursi wie viele von uns können Ayat al-Kursi auswendig aber wissen nicht genau was das bedeutet man wird sich heute Inshallah wundern und für die Nichtmuslime weil Ayat al-Kursi mit einem weil der Ayat al-Kursi das heißt der der Thronvers wird es oft überliefert übersetzt obwohl das eigentlich nicht richtig ist deswegen sage ich einfach Ayat al-Kursi weil er weil dieser Vers von dem Wesen Allahs redet von den Eigenschaften des Allmächtigen Gottes und weil es ein Vers ist der Tauhid lernt lehrt was ist Tauhid? Tauhid ist das warum Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat ist das warum Allah subhanahu wa ta'ala die Propheten geschickt hat und ist das warum Allah subhanahu wa ta'ala die Bücher herabgesandt hat der Beweis dafür ist im Koran beispielsweise dort sagt Allah wa maa kharaktu jinn wal insa illa li'abudum ich habe die Menschen und die Jinn erschaffen damit sie mir alleine dienen und dass man Gott alleine anbetet ist die Essenz des Islam der Islam lernt dass man lehrt dass man nicht irgendeine einen Teil der Schöpfung anbetet sondern dass man nur den Schöpfer alleine anbetet man betet wir sind also keine Mohammedaner weil Mohammedaner würde implizieren dass wir Mohammed anbeten aber wir beten nicht Mohammed an sondern der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat selber gesagt zu seinen Folgern la tutrunike ma'atradan nasara ibn Maryam innam anna abdun faqulu abdullahi wa rasulu übertreibt in eurem Lob zu mir nicht so wie die Christen im Lob zu dem Sohn der Maria übertrieben haben denn ich bin nur ein Diener so sagt Diener Diener Allahs und sein Gesandter und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat zu Allah Dua gemacht dass seine Grabstätte nicht zu einem Anbetungsort wird dass er angebetet wird subhanallah jetzt also dieser Vers handelt hauptsächlich vom Tawhid bevor ich damit anfange fange ich erstmal an mit einem Hadith dieser Hadith Hadith bedeutet das was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat gemacht hat beziehungsweise das was von ihm überliefert wird das ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt zu dem Gefährten obey ibn Kaab sagt er welcher ist der gewaltigste Vers im Koran zu obey ibn Kaab obey ibn Kaab war ein Ansari Ansari heißt einer von den Muslimen aus Medina wir haben es mit Muhajirun in der Anfangszeit des Islam zu tun das heißt die Leute die aus Mekka nach Medina ausgewandert sind und mit Ansari und die Ansari sind diejenigen die in Medina gelebt haben und Ansari kommt von Helfen das sind die die dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam geholfen haben und er war von dem Kutabu al-Koran weil der Koran ist direkt auswendig gelernt worden und von bis zu 70 Schreibern sofort aufgeschrieben worden das ist einer der Gründe auch dass es heute nicht das Thema warum der Koran nie verändert werden konnte jedenfalls was sagte obey ibn Kaab er sagte zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam Allah wa Rasuluhu alam Allah und sein Gesandter Wissen ist besser warum sagt er das? dieses Adep mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam dieses das gute Benehmen mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wo du weißt dass er mehr Wissen hat als du und hier müssen wir auch für uns einen Adep als Muslime angewöhnen eine gute Benehmen mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam das ist wenn man den Namen vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam hört dass man sagt sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam heißt Frieden und Segen aufheben was heißt sallallahu alaihi wa sallam? heißt das wir beten jetzt den Propheten an? nein wir haben schon gesagt wir sind Muslime und Muslim bedeutet wir beten nur nur Allah allein an nur den Gott von Muhammad an nur den Gott von Jesus an sallallahu alaihi wa sallam heißt du betest zu Gott dass Gott ihm Segen gibt und was sagt Allah im Koran? er sagt im Koran dass diejenigen die dieses die für den Propheten um Segen bitten dass Allah ihm das ihm das zehnfach zurückgibt Alhamdulillah das ist die Huld vom Allmächtigen Gott jetzt was sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam er sagt nein ich will von dir wissen warum sagt der Prophet das? der Prophet wusste natürlich selber welcher der gewaltigste Vers im Koran ist aber dies war eine Methode um ihn auf die Probe zu stellen und dies ist eine Methode für uns wenn wir Leute lehren als Lehrer musst du zwischendurch deinem Publikum oder was heißt deinem Publikum deinen Schülern Fragen stellen weil ansonsten wird der eine einnicken aber wenn der weiß ui 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 könnte gleich sein dass er mich fragt du bist automatisch konzentrierter und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wollte wissen was Uba ibn Kaab antwortet radiallahu alaihi wa sallam und Uba ibn Kaab hat dann die Antwort gegeben und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihm gesagt also Gratulation für dein Wissen er hat ihm gratuliert warum? der Prophet sallallahu alaihi wa sallam warum wusste er nicht was er das sagt dass er das weiß weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam weiß manchmal das Verborgene er weiß das nicht direkt was Verborgene sondern Allah gibt ihm manchmal Eingebungen Inspiration und manchmal nicht also in diesem Fall Allah hat ihm nicht gesagt Uba ibn Kaab doch das und das Wissen und Machen aber an anderer Stelle beispielsweise Suheib Rumi ist von Mekka nach Medina ausgewandert und sie haben sein ganzes Vermögen weggenommen sie haben gesagt du willst gehen du bist als Römer hingekommen als Bettler und hast so viel Geld verdient jetzt willst du dich vom Staub machen mit dem Geld das du durch uns bekommen hast gib mal her deine ganzen Sachen es könnte sein dass das den Muslimen in Deutschland vielleicht auch irgendwann mal passiert Allahu alai dann hat er gesagt da hat Suheib Rumi das alles abgegeben und dann kam er nach Medina und was hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt was du hast einen guten Handel hast du gemacht er wusste schon warum weil in diesem Fall hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Offenbarung bekommen Wahi jedenfalls was sagt Uba ibn Kaab Uba ibn Kaab sagt Ayat al-Kursi was heißt das für uns das heißt Ayat al-Kursi ist der gewaltigste Vers im Koran deswegen sollten wir diesen Vers uns wirklich genauer angucken denn das Wissen vom Buch Allahs ist das gewaltigste Wissen überhaupt und jetzt muss sich jeder fragen wie weit hast du dich mit dem Buch von Allah beschäftigt in diesem Buch hier ist die perfekte Anleitung wie du ins Paradies kommst der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat bei Hajjatul Wada bei der letzten Pilgerfahrt vor hunderttausend Pilgern gesagt so viele Leute sind zum Islam übergetrieben hat er gesagt ich habe bei euch etwas hinterlassen wenn ihr daran festhaltet werdet ihr niemals in die Irre gehen was ist das was ist das was dich nie in die Irre gehen lässt ist das die Gruppe oder die Gruppe oder die politische Vereinigung oder die politische Vereinigung oder das Land oder das nein er sagt das Buch Allahs und meine Sunna deswegen diese Übersetzung ist sehr gut habe ich auch hier in der Moschee gesehen wer hat die gelesen wenn ich jemandem sagen würde hier ich habe ein Buch für dich von 600 Seiten wenn du das durchliest dann siehst du wie du in kurzer Zeit dein Haus bauen kannst wie du die Finanzierung schaffst und so weiter und so fort da wärst du sofort bereit das Buch würde sofort innerhalb von einem einem Tag verschlungen werden ich muss das Geld bekommen das zeigt dass wir nicht wirklich verstanden haben worum es geht denn dieses Leben ist nur ein kurzer Moment der allmächtige Gott hat uns nicht für diese Welt erschaffen das ist nicht unser ewiger Standort sondern das eigentliche Leben ist das Leben im Jenseits deswegen mache dir darüber Gedanken was hast du vorausgebracht würdest du wirklich ins Paradies gehen Subhanallah wenn du die Einstellung hast du hast das Buch bisher nicht gelesen das zeigt dass etwas verkehrt ist deswegen gebe ich jedem den Tipp fang an das Buch einfach mal zu lesen von Anfang bis Ende fängst mit Seite 1 an fängst mit Seite 600 auch auf Deutsch auf Türkisch das heißt die ungefähre Übersetzung es wird dir viel bringen glaube es mir wenn du die Wahrheit willst dieses Buch wird dein Herz verändern ich habe dieses Buch gelesen als ich noch kein Muslim gewesen bin und ich habe auf einmal ein Gottbewusstsein bekommen deswegen suche nach Rechtern und lese dieses Buch wenn du am Anfang nichts verstehst mit dem Ende wirst du etwas verstehen mach ein Bittgebet zu Allah und schreibe dir Verse raus die du nicht verstehst und wisse dass dies die Botschaft vom Allmächtigen Gott ist jetzt fangen wir mit einem Vers an um den schon mal zu erklären wie fängt dieser Vers an wie gesagt ich habe gesagt das Wissen vom Buch Allahs ist überhaupt das wichtigste Wissen überhaupt das Wissen von der Religion das ist übrigens in Surah 2 der Vers 255 für die die nachschlagen wollen dieser Vers fängt an die meisten kennen es wie fängt er an was heißt das Allah es gibt keinen Gott neben ihm womit ist das verwandt diese Sache Allah ist genau dasselbe im Prinzip nur ein bisschen anders also dieselbe Aussage wie nur hier fängt es an mit Allah der Satz Allah es gibt keine Gottheit neben ihm was heißt das in der Sprache und hier ganz wichtig guck mal der erste Vers womit fängt der Vers an mit der Grundbotschaft des Islam und mit der Grundbotschaft mit der alle Propheten gekommen sind womit sind alle Propheten gekommen mit La ilaha illallah der Beweis dafür ist im Koran Suche 16 Vers 36 Wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte erweckt damit sie den Menschen lehren dient Allah allein und vermeidet die Anbetung der Tarut alles was neben Allah angebetet wird das wodurch der Mensch die Schranke überschreitet sei es von denen die angebetet werden oder gehorcht werden oder denen gefolgt wird Tarut zum Beispiel Götzen zum Beispiel Führer die zum falschen Weg rufen zum Beispiel der Scheitan hier sagt der Allah es gibt keinen Gott außer ihm jetzt schauen wir uns das linguistisch an weil im Islam ist es immer so dass eine bestimmte Bedeutung deutlicher wird wenn man die linguistische das heißt die sprachliche Bedeutung von dieser Sache kennt zum Beispiel ich habe letztens über Schirk geredet da haben wir gesagt Schirk heißt dass jemand nicht alleine ist oder zum Beispiel was heißt Salah Salah heißt eigentlich Dua Bittgebet oder wir sagen zum Beispiel Jihad das kommt eigentlich von sich bemühen oder wir reden von Zakah Zakah heißt reinigen das heißt du reinigst dein Geld deswegen schauen wir uns an was heißt es eigentlich Allah Allah Als allererstes Wort Allah setzt sich zusammen aus dem bestimmten Artikel Al also Al ist wie das der die das im Arabischen gibt es kein der die das im Arabischen gibt es nur Al das sagst du sagst Al Bint das Mädchen du sagst Al Weled der Junge immer Al 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 der jetzt beispielsweise in diesem Fall oder die oder das weil das gibt es jetzt nur im Deutschen im Englischen hast du es auch ähnlich das hast du The egal ob männlich weiblich oder sachlich du hast immer The jetzt Al Ila was heißt Ila Ila heißt eigentlich in der arabischen Sprache Al Ma'bud das was der der angebetet wird das heißt gibt es Leute die angebetet werden neben Allah natürlich es gibt reihenweise ihr braucht nur hier raus zu gehen da wird Jesus angebetet das Kreuz angebetet Maria angebetet Heilig Christoph angebetet Buddha angebetet Stein angebetet Grab angebetet Baum angebetet viele werden angebetet das heißt Allah es gibt keinen wahren Gott neben ihm niemand hat wirklich das Recht angebetet zu werden außer Allah Allah derjenige der angebetet wird es gibt keinen der mit Recht angebetet wird neben ihm das ist die Bedeutung das ist die Bedeutung und das ist Tawhid das ist der erste Vers fängt mit Tawhid an so wie diese Botschaft anfängt als der Prophet s.a.w. Mu'ath ibn Jebel wer ist Mu'ath ibn Jebel? einer der gelehrtesten Gefährten des Propheten Muhammad s.a.w. er hat ihn nach Jemen geschickt wie hat er ihn dorthin geschickt? um dort die Botschaft zu verkünden Mu'ath ibn Jebel kommt nach Jemen was hat er gesagt? lade sie zuerst ein dass sie bezeugen Allah illa illallah wa anna Muhammad rasulullah erst die Shahada genauso wie du anfängst jemanden erst zu Shahada zu rufen weil das ist der Schlüssel zum Paradies was ist wenn jemand betet? aber ich sage ja ich bete weil macht Spaß ich fühle mich gut ist gute Gymnastik aber er bezeugt nicht dass nur Allah angebetet werden darf das Gebet wird ihm nicht nützen wird ihn nicht für die Hölle retten was ist wenn jemand fasst und er sagt ich fasste damit ich abnehme aber er fasst nicht für Allah er bezeugt nicht lade illallah seine Taten sind batin sind kaputt sind vernichtet das heißt hiermit fängt es an deswegen ist es Pflicht für jeden Musstum als allererst zu verstehen was bezeuge ich überhaupt? die meisten Leute wenn du sie fragst was heißt lade illallah sagen es gibt keinen Gott neben Allah ja ok was heißt das Gott? was impliziert dieses Wort Gott für dich? dann sagst du sagt er zu dir ja Gott bedeutet Lenker Schöpfer Herrscher des ganzen Universums dann sagst du MashaAllah die Quraysh in Mekka haben genau das bezeugt für Allah wir haben gesagt es steht im Koran wird gefragt der Prophet wer versorgt wer versorgt euch von Himmel und Erde und wer hat Macht über Gehör und Gesicht und wer bringt das Tod aus dem Lebendigen und das Lebendige aus dem Toten vor und wer regelt alle Angelegenheiten was sagen die Quraysh was sagt Abu Jal Al-Walid Al-Mughira die ganzen Mushrikun Allah wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? das heißt das haben die schon bezeugt das heißt wenn du bezeugst La ilaha illallah und sagst das heißt es gibt keinen Gott nur einer kann erschaffen dann hast du dasselbe bezeugt was Abu Jal auch bezeugt hätte aber warum hat Abu Jal das nicht bezeugt? weil er das verstanden hat was das bedeutet denn das bedeutet dass du alles was angebetet wird neben Allah verneinst denn wir haben gesagt das bedeutet niemand hat das Recht angebetet zu werden außer Allah La ilaha illallah La ma'buda bihaqrin illallah niemand hat das Recht angebetet zu werden außer Allah weil hättest du sie gefragt ist Gott La kharik illallah kein Schöpfer außer Allah haben sie gesagt Ja La razik illallah keiner der versorgt außer Allah haben sie gesagt Ja Ist Allah allmächtig? Ja aber hier war das Problem warum betet ihr dann die Götzen an? Und heute es geht nicht nur um Götzen es geht um viele Dinge es geht um Systeme es geht um es geht um Gedanken es geht um Dinge die angebetet werden neben Allah Gräber Heilige Können wir zu Gräbern gehen von Heiligen? Natürlich Alhamdulillah das ist eine gute Sache aber beten wir diejenigen an? Nein weil die können dir auch nicht helfen du betest für sie Alhamdulillah wenn du zum Grab von Propheten gehst du gehst zum Grab von Propheten oder wenn du in Medina bist klar natürlich aber du betest nicht zum Propheten sondern du betest zu Allah das ist etwas ganz wichtiges du machst kein Zuzud zum Propheten du machst Zuzud zu Allah und das ist etwas was viele Leute nicht verstehen was wir lernen müssen damit wir richtig La'ila illallah verstanden haben und dieser Tauhid Tauhid wovor kommt das sprachlich? von das heißt das heißt eine Sache eins machen das heißt du machst Allah eins in was heißt Rububia Rububia heißt die Herrschaft das heißt genau das worüber ich gesprochen habe dass Gott der Herrscher Lenker Herrschers Universums ist wer macht Schirk in dieser Sache? zum Beispiel wenn jemand sagt alles ist Gott Gott ist hier da wann das ist Schirk oder jemand macht Schirk wenn er sagt wie Phiraum er sagt ich bin selber sagt Phiraum ich bin euer größter Herr oder zum Beispiel Zoroastria die sagen es gibt einen Gott für das Gute und einen Gott für das Schlechte Schirk oder zum Beispiel heutzutage wenn jemand sagt es gibt gar keinen Gott das ist auch Schirk in dieser Sache weil der wird automatisch sagen du fragst ihn wer hat die Welt erschaffen dann sagt er die Natur hat es erschaffen Subhanallah die Natur hat sich selber erschaffen die Natur hat keine Augen keinen Gedanken und nichts aber die hat sich selber erschaffen ohne Bewusstsein Masha Allah ohne Plan Zufall über einen Schrottplatz kam ein Wirbelwind dann stand die Bogen 747 da ja weil das ist Mawrububiyah dann Urubiyah heißt dass du Gott alleine anbetest dass du die Elbada den Gottesdienst alleine für Allah machst und das ist das womit die Propheten gekommen sind Allahu la ilaha illahu die Propheten sind in erster Linie nicht gekommen um den Menschen zu lehren dass es Gott gibt denn der Mensch hat in seinem Inneren schon dass es Gott gibt nur dass seine äußere Wand oder weil er es nicht wahrhaben will wird er diesen Glauben aufgeben ich gebe dir ein Beispiel beispielsweise wenn das Flugzeug im Absturz gibt es keine Atheisten mehr dann fängt auf einmal oh Gott wenn es dich gibt dann helf mir doch wenn der Vater im Sterben liegt fangen alle an zu beten ich kenne die größten Atheisten ach das ist alles Quatsch aus meiner Familie sobald es irgendwelche Probleme gibt fängt er an zu beten warum ich dachte es gibt keinen Gott jetzt auf einmal gibt es ihn doch ist er aus der Familie gestorben ach ja jetzt geht es ihm besser er hatte so lange die schwere Krankheit gehabt das ist er im Himmel wo steht das geschrieben was der im Himmel ist das ist einfach nur weißt du dieser Mensch der sagt er glaubt nicht an Gott der hat nur Zweifel und da gibt es drei Gründe drei sogenannte Argumente erstes Argument ich habe Gott noch nicht gesehen was sagst du dann zu ihm sagst du ich auch noch nicht und ich wundere mich auch gar nicht weil Gott sagt doch im Koran er erfasst ihn erfasst nicht die Blicke aber er erfasst die Blicke und wir können ihn erst im Jenseits sehen Alhamdulillah Gesichter werden an diesem Tag leuchten zu ihrem Herrn schauen deswegen im Jenseits sieht niemand Allah subhanahu wa ta'ala und außerdem glaubst du auch an viele Dinge die du nicht gesehen hast oder zum Beispiel Dinosaurier dann sagt er ja aber ich war in einem Museum gewesen da waren die Knochen von Dinosauriern ja okay vielleicht waren das nur Knochen gewesen wer sagt dir denn dass die mit Fleisch bedeckt gewesen sind wer hat dir gesagt dass die so und so und so aussahen oder du glaubst doch an Liebe oder oder du glaubst an Strom hast du Strom schon mal gesehen du hast das Licht gesehen aber Strom kannst du nicht sehen also heißt nicht weil du eine Sache nicht gesehen hast dass du nicht dran glaubst oder hast du schon alle Kontinente gesehen hast du auch nicht gesehen hat ja auch nur einer von berichtet und von Gott wer hat uns von Gott berichtet nicht hier die Nachrichten pro sieben oder irgendwas anderes wo sowieso mehr wo sowieso nicht alles der Wahrheit entspricht nicht alles wer hat uns davon berichtet dass es Gott gibt die die Propheten die wahrhaftigsten Menschen die ihr Leben riskiert haben Jesus Mohammed Musa diese Menschen nächste dritte das war der erste Punkt zweiter Punkt ist ja wenn es Gott gibt warum gibt es dann so viele Ungerechtigkeiten auf der Welt kein Problem ein Vers aus dem Kran heute wird keiner Seele Unrecht getan am jüngsten Tag und jeder wird nur nach dem Vergold werden was ihr getan habt Alhamdulillah das heißt das Diesseits ist gar nicht geplant vom Islam um die Welt der Gerechtigkeit zu sein sondern die Welt der Gerechtigkeit ist das Jenseits hier wird abgerechnet hier wird gerechnet der geht ins Paradies und der Mensch geht in die Hölle ganz einfach dritte dritte Argument ist ja wenn es Gott gibt warum ist dann warum bin ich dann kein Millionär ich wäre so gerne Millionär auch ganz einfach kein Problem das Leben ist kein Wunschkonzert und dann sagt vielleicht jemand ja also wenn es ich habe einmal eine Theologin Theologin im Fernsehen die hat gesagt nach diesem Tsunami Unglück wenn ich Gott am jüngsten Tag treffe dann soll er sich warm anziehen super kannst du dir vorstellen Achhi das sagt das sagt eine Theologin Achhi die Religion studiert hat Achhi meinst du diese Frau kennt ihren Gott ja also Gott ich finde das nicht gut dass es Leute gibt die krank sind ja hättest du die Gesundheit erkannt wenn es die Krankheit nicht gäbe und außerdem Allah wird nicht nach dem gefragt was er getan hat aber hier werdet gefragt du hast nur die Perspektive geändert du hast dich selber zum Gott gemacht und hast den Glauben an den wahren Gott verneint dann nächste Sache in den Namen und Eigenschaften das heißt im Prinzip ich fasse das ganz kurz wir könnten über die guck mal guck mal das ist Koran wir könnten über diese eine Sache vom Vers könnte man jetzt schon eine Stunde lang reden über eine Sache von dem Vers deswegen soll man wirklich über den Koran nachsehen hier dann Namen und Eigenschaften von Allah das heißt die Namen von Allah darf man niemandem anderen geben du kannst zum Beispiel du kannst zum Beispiel wie kannst du heißen kannst Karim heißen aber du darfst nicht Al-Karim heißen man kann dich Abdul Karim nennen das heißt der Diener des Edlen beziehungsweise Großzügigen oder Karim großzügig aber man darf dich nicht Al-Karim der Großzügige nennen weil das ein Name von Allah und nächste Sache ist die Eigenschaften wenn du Allah beschreibst Allah ist über unsere Vorstellungskraft das heißt du darfst ihn nicht nicht der Schöpfung gleichsetzen und die Schöpfung nicht ihm gleichsetzen zum Beispiel wenn du sagst Gott ist krank geworden Auzubillah gibt es gibt es Leute in der Bibel zum Beispiel steht Genesis 32 Gott hat mit Jakob gerungen hat verloren Auzubillah da schreibst du Gott eine Schwäche zu das heißt Gott darf man seinen Eigenschaften keine Schwäche zuschreiben oder beispielsweise das ist der eine Punkt dass du Gott Eigenschaften von der Schöpfung zuschreibst oder andersrum du schreibst der Schöpfung Eigenschaften von Gott zu zum Beispiel du sagst unsere Imame haben Kontrolle über jedes Atom im Universum das ist Schirk und das ist sogar schon Schirk in Urububiya ist das sogar schon Schirk in der Herrschaft von Allah oder du sagst zum Beispiel der Wahrsager kann mir sagen was in der Zukunft passiert Allah sagt im Koran ihn sind die Schlüssel des Verborgenen niemand kennt sie außer ihm deswegen ist es auch Kuffer wenn man auf Homoskope glaubt Subhanallah weil die Homoskope ist du sagst die Sterne sagen mir was in der Zukunft passiert und du sagst sogar die Sterne haben einen Einfluss darauf und das ist alles etwas was im Islam total verboten ist genau wie schwarze Katze weiße Katze schwarze Taube diese ganzen Sachen Subhanallah wisst ihr wie viele Muslime damit was zu tun haben deswegen am besten Stachfullah sagen jetzt weiß man es Alhamdulillah jetzt dann sagt Allah weiter Allahu la ila ilahu al hayyu al kayyum was heißt das dem Lebendigen dem Beständigen hat der Abdullah Frank Buben haben ihn übersetzt ja was heißt dem Lebendigen wenn wir jetzt sagen Allah ist lebendig wir sind auch lebendig oder ja wir sind auch lebendig aber wir haben eben gesagt wir vergleichen Allah nicht mehr Schöpfung wie ist das lebendig sein von Allah und wie ist das lebendig sein von uns das lebendig sein von Allah ist vollkommen erstens es gab vorher kein nichts er war immer vorhanden du warst irgendwann mal nichts es gibt einen Punkt wo es dich nicht gab es gibt einen Punkt wo du ein Baby warst und ein Wicke bist und es wird einen Punkt wo es dich nicht mehr gibt wo du stirbst aber Allah sein lebendig ist ohne Anfang und ohne Ende und alles was mit seinem Leben zu tun hat sein Sehen sein Hören sein Wissen sein Sprich ist vollkommen sind Eigenschaften ohne Nax ohne Mängel ja dann die nächste Sache ist Al-Qayyum das heißt auch derjenige der aus sich selber heraus besteht und ohne dessen Fürsorge nichts besteht auch ganz klar Al-Qayyum Al-Qayyum und man sagt dass in diesem ersten Vers Allahu la ila ilahu Al-Qayyum die größten Namen von Allah drin sind und deswegen ist es zum Beispiel gut mit diesen Namen Tawassul zu machen Tawassul heißt sich Allah näher das heißt es gibt Mittel mit denen man sich Allah nähert denn Allah liebt es wenn du ihn mit seinen Namen anrufst Allah sagt im Koran Allah sind die schönsten Namen du ruf dich damit an du sagst zum Beispiel Ya Rahman Irhamni O Al-Abama Erbama Dishmiya Ya Ghafur O Du Al-Vergebene Irfiri und so weiter du nimmst die Eigenschaft für eine bestimmte Sache zum Beispiel das Vergeben das Geben Ya Aziz und da gibt es zum Beispiel eine Dua die soll man immer morgens nach dem Fächergebet und nach dem Asergebet machen mit diesem Namen Ya Hayyu Ya Hayyum Bir Rahmatika Astaghithu Aslih Lishakni Kulla Wa La Takilni Ala Nafsi Tarfata Das heißt O Lebendiger O Beständiger O Lebendiger O der der aus sich selber heraus entsteht ohne dessen Fürsage nichts besteht Bir Rahmatika Astaghithu Bei deiner Barmherzigkeit rufe ich dich um Hilfe Aslih Lishakni Kulla Regel alle meine Angelegenheiten Biege alle meine Angelegenheiten zurecht Das ist eine Dua die man sich merken sollte ihr könnt das zum Beispiel nachher auf der Internetseite nochmal rausschreiben weil der Prophet Mohammed die besten Bittgebete beigebracht Alhamdulillah dann sehen wir wie viele Namen von Allah haben wir jetzt erwähnt Allahu La ila ilahu Al Hayyul Qayyum wie viele Namen haben wir erwähnt 4 3 3 ja Allah Al Hayyul Manche Leute wenn du sagst Allah der wissen gar nicht das ist ein Name von Allah es klar ist Allah ein Name von Allah kannst du einen anderen Allah nennen außer Allah natürlich Allah ist ein Name von Allah und die Eigenschaft die da drin ist ist dass er derjenige der ist der das Recht hat angebetet zu werden Al Hayyul Qayyum und es gibt einige Regeln in den Namen von Allah allererstes alle Namen von Allah sind schön du kannst Allah zum Beispiel nicht einen Namen geben der nicht schön ist Al Ghadib der Zornige wir wissen Allah hat Zorn mit den mit Leuten die sich ihm widersetzen aber dieser Zorn ist nicht wie bei einem Mensch sondern ist mit mit Gerechtigkeit verbunden aber du nennst ihn nicht Al Ghadib die Namen die Namen von Allah sind nur schöne Namen Al Hayyul Qayyum Al Rafu Al Rahim ja und was ist der Beweis dafür Wallillahi Al Asma Al Husna Fadrubiha Allah sind nur die schönsten Namen so bitte ihn damit und wie gesagt diese Namen damit kann man Allah rufen was sagt man zum Beispiel wenn man sagt Oh Allah Allah ist zum Beispiel das heißt Ja Allah dasselbe heißt Allah das kennen bestimmt viele aus dem Bild gebeten dass man sagt Allahumma das heißt Ja Allah Oh Allah Allahumma ja dann die zweite Sache ist jeder Name hat eine Eigenschaft wie wir schon beschrieben haben Al Hayyul ist lebendig Al Khayyum seine Eigenschaft dass er alles alles also alles mit Fürsorge dass alles durch seine Fürsorge besteht dann zum Beispiel Ar Rahim seine Eigenschaft dass er barmherzig ist das sind Eigenschaften von ihm Al Latif seine Eigenschaft dass er mild ist mit den Gläubigen Alhamdulillah aber diese Eigenschaften sind alle nicht zu vergleichen mit unseren Eigenschaften denn Allahs Barmherzigkeit ist über unsere Vorständniskraft über die Barmherzigkeit heraus wo wir barmherzig sind jetzt nächster Punkt die Namen von Allah wie viele Namen gibt es von Allah jetzt bin ich mal gespannt wie viele 99 99 ok aber wenn man zählt im Koran in der Sumer kommt man auf mehr und Allah sagt in einem anderen Hadith sagt er in einem anderen Hadith sagt der Prophet also ich bitte dich Allah mit kulli ismin hua leka sameyta biya nafsaka au alamta fi kitabika au ansalta fi kitabika au alamta ahadan min khalkika au isttafarta fi almi lgaybi endaka die Leute die für Arabisch verstehen Alhamdulillah bist du Ägypter? ich bin Al-Geya Al-Geya du verstehst Alhamdulillah das heißt oh Allah ich bitte dich bei jedem deinem Namen mit dem du dich selber benannt hast oder dem du in dem Buch herabgesandt hast oder dem du einen deiner Schöpfung offenbart hast oder den du in deinem geheimen Wissen bei dir festgehalten hast das heißt es gibt auch Namen von Allah die wir vielleicht gar nicht kennen und die vielleicht anderen Leuten beigebracht worden sind aber es gibt einen anderen Hadith der sagt lillahi inna lillahi tis'atun watis'ayna isman Allah sind 99 Namen miyatun illa wahida der hört der hört der hört der alles hört du behandelst danach du weißt dass du nicht schlechtes redest nicht nur einfach auswendig und so weiter sondern dass man danach handelt wie ist das jetzt zusammen zu bringen ist das wahrscheinlich ein Widerspruch? erstmal eine Regel Hadithe da sind die Namen wer die kann geht ins Paradies aber ich weiß nicht dass es nicht noch mehr gibt das nur dazu weil das ist etwas was man oft hört aber wie gesagt der Beweis von mir ist von Koran und Sunnah und der Hadith eben den ich gesagt habe bis dann ich bitte dich bei jedem Namen und die Namen die du in deinem verborgenen Wissen behalten hast für dich dieser Hadith ist in Musnad Ahmed also in der Hadith Sammlung von Imam Ahmed und der Hadith ist authentisch Alhamdulillah jetzt die nächste Sache ist dass die Namen von Allah Tauqifiyah sind was heißt Tauqifiyah? Tauqifiyah heißt du bleibst nur darauf bestehen was im Koran und Sunnah kommt du kommst nicht mit Namen von außerhalb was ist noch Tauqifiyah in der Religion? wie du Allah anbetest das heißt du kannst nicht mit einer neuen Iberda kommen und du machst so hier dann sagst du ja ist Iberda jetzt ist gut gewesen jetzt nehmen wir uns Allah ist kein Iberda ist Quatsch ist das sondern Tauqifiyah ist wie du Gott anbetest du kannst zum Beispiel nicht sagen ich bete dir ich bete dir jetzt acht Rakats ist doch gut beten wir acht oder später Maghrib 15 nee gibt es nicht das ist Tauqifiyah genau so wie es ist wie es gekommen ist so muss man weitermachen so ist es auch mit den Namen und Eigenschaften von Allah jetzt kommt der nächste Vers wie heißt der nächste Vers? Allahu la ila ilahu al hayyul qayyum jetzt kommt sinnatu wa lanahum siehst du die meisten ganz auswendig was heißt das? Ihnen überkommt wieder Sinna was ist Sinna so? Schlummer es ist Schlummer so noch Schlaf am Schlaf ja also weder Schlummer noch Schlaf überkommt ihn was heißt das? und dies verneint Schlummer und Schlaf sowohl Ikhtiari als auch dass es ihn überkommen hat ja also das heißt der Schlaf ist auch für ihn ist keine Eigenschaft von ihm warum? weil Schlaf ist eine negative Eigenschaft ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf und der Prophet s.a.w. sagt inna allaha la yanam wa la yanbarilahu an yanam Allah schläft nicht und es geziemt sich nicht für ihn zu seiner vollkommenen Eigenschaft dass er schläft worauf bezieht sich dies? worauf ist dies ein expliziter Rat eine Widerlegung? ganz einfach auf die Bücher die vorher gekommen sind denn der Koran kam nachher um die Bücher die vorher gekommen sind wo Menschenworte mit hineingekommen sind um die einzelnen Fehler rauszupicken das ist auch eine Aufgabe zum Beispiel dass Jesus nicht Gott ist beispielsweise das ist ganz deutlich kommt das aus dem Koran hervor oder nicht Sohn Gottes in diesem Fall siehst du z.B. in der Geschichte gerne es ist dass Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen hat und am 7. Tag ruhte er und atmete auf das ist islamisch gesehen keine Eigenschaft von Gott oder in Psalm 78,65 findest du und der Herr erwachte vom Schlaf wie ein Held betrunken vom Wein hause billahi so kann man Gott das ist das was dort steht das ist nicht mein Wort soll keiner sauer sein soll ich mich tadeln dafür ich hab nicht geschrieben jetzt und da gibt es eine Geschichte an Musa jemand von Bani Israel von seinem Volk hat ihn gefragt schläft Allah und dann kamen die Engel zu ihm und haben zu ihm gesagt er soll in der Nacht stehen und zwei Flaschen halten ich weiß jetzt nicht wie ob so oder so er soll die zwei Flaschen halten das erste drittel der Nacht ui das zweite drittel der Nacht wurde schon schwer das drittel der Nacht dann ist er dann eingeschlafen die Flaschen fielen runter und waren zerstört und dann wurde ihm gesagt würde Allah schlafen dann würde der ganze Himmel und Erde und alles was ist genauso zerbrechen wie diese Flaschen denn wenn Allah ist Al-Qayyum haben wir vorher schon gesagt ohne dessen Fürsorge nichts besteht wenn Allah auch nur eine zehntel Sekunde Auzubillah schlafen würde Auzubillah Allah schläft nicht ja dann würde alles zusammenfallen wir würden alle sterben die Planeten würden zerfallen Himmel und Erde würden zerfallen die Sonne würde erlöschen Al-Qayyum ist der ohne dessen Fürsorge nichts besteht danach sagt Allah ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf an anderer Stelle sagt Allah im Koran das heißt wir haben Himmel und Erde und was dazwischen ist in sechs Tagen erschaffen und uns hat keine Müdigkeit dadurch erfasst warum Allah hätte auch die Welt in einer zehntel Sekunde erschaffen können kein Problem und nicht nur sieben Himmel sondern siebentausend Himmel und noch mehr Erhubar ist der Allmachin Gott Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala dann muss man wissen was auch sehr wichtig ist dass immer wir haben eben zwei positive Eigenschaften von Allah also Allah hat nur positive Eigenschaften ich habe einmal in einem Vortrag gehört da hat eine Frau gesagt die hat über Islam geredet hat sie gesagt ja man muss die Kinder erziehen nicht nur mit den negativen Eigenschaften von Gott damit meinte sie dass man sagt Gott bestraft dich wenn du das und das tust aber das ist keine negative Eigenschaft von Gott dass er einen bestraft das ist eine positive Eigenschaft weil er bestraft aus Gerechtigkeit was wäre wenn die ganzen Mujrimun wenn jeder machen könnte was er will das wäre keine Gerechtigkeit wenn du sagst der 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 größte Verbrecher Adolf Hitler wird genauso bestraft wie ein kleines Baby was gestorben ist Subhanallah das wäre keine Gerechtigkeit das heißt es wird Gerechtigkeit geben am jüngsten Tag das heißt du kommst nicht hiervon das heißt wenn Allah bestraft ist es eine positive Eigenschaft Alhamdulillah jetzt weiter es geht weiter um Allah bestraft nur ist Gerechtigkeit jetzt weiter wenn wir diese Eigenschaft haben eine Eigenschaft die verneint wird für ihn zum Beispiel eine negative Eigenschaft wie Schlummer und Schlaf dann wird das Gegenteil davon zur gleichen Zeit bestätigt denn wenn er keinen Schlummer hat und schafft das heißt er ist immer lebendig immer wach immer versorgt die Schöpfung rund um die Uhr in jeder Sekunde jetzt kommt der nächste Vers und das ist vielleicht der Vers was heißt Vers das ist ja alles ein Vers aber ein Teil von dem Vers ihm gehört was in den Himmel ist und was auf Erden ist ihm gehört was in den Himmel ist und was auf Erden ist was muss das für dich implizieren als allererstes musst du wissen Allah ist der Herrscher und wir sind die Beherrschenden Allah ist der Versorger und wir sind die versorgt werden Allah ist der Lenker und wir sind die die gelenkt werden du musst wissen dass Allah alles unter Kontrolle hat und wenn du dies verinnerlichst glaub es mir guck mal das ist unser Problem wenn du diesen Vers vom Koran diesen Satz verinnerlichst glaub es mir dann wirst du anders durch diese Welt gehen dann wirst du anders durch dieses Land gehen weil dann wirst du wissen das wird dir so viel Power geben glaub es mir weil du wirst dir sagen und ich werde euch einige Beispiele geben was sagt der Prophet er war glaube ich 13 Jahre alt er sagt zu ihm behüte Allah so behütet er dich also das heißt die Gebote von Allah du hüte die Gebote von Allah hüte das du wirst ihn vor der vier finden und wenn du fragst frage Allah und wenn du Hilfe suchst such bei Allah Hilfe wenn sich die Ummah versammelt um dir irgendeine Sache zu nützen die werden dir nichts nützen außer was Allah für dich geschrieben hat und wenn sie sich versammeln auch die ganze Welt und wenn sie sich versammeln alle Male nicht die Schule nicht die Armee alle die ganze Welt von mir aus um dir irgendetwas zu schauen die können dir nicht schauen außer was Allah für dich geschrieben hat und wenn du das weißt dann weißt du auch dass es niemals sein kann dass du eine Sache für Allah machst und dass du dadurch einen Schaden kriegen wirst viele Leute sagen heute ja ich trage keinen Kopfdruck auf der Arbeit sonst mein Arbeitgeber wird mich rausschmeißen wer ist der Arbeitgeber überhaupt was interessiert dieser Mensch was interessiert dieser Mensch der einen Klo mit sich trägt hier in seinem Bauch du bist jeder von uns trägt ein Klo mit sich kannst du dir das vorstellen hat gerade Urin in seiner Blase was interessiert dieser Mensch was will dieser Mensch dir schaden wenn Allah subhanahu wa ta'ala hinter dir ist aber wann ist Allah hinter dir wenn du diese Religion nach vorne bringst in tan surullaha yansurkum wenn ihr Allah helft das heißt Allah braucht keine Hilfe das heißt diese Religion nach vorne bringst dann wird er euch helfen wer kann dich dann aufholen wenn Allah euch hilft kann euch keiner besiegen und wenn er euch in den Stich lässt wenn euch Allah hilft der kann dich dann besiegen und wenn er euch in den Stich lässt der kann dir danach noch helfen und auf Allah sollen die Gläubigen vertrauen deswegen das ist etwas was wir uns richtig hinter die Ohren schmieren müssen und das ist etwas wenn wir zum Beispiel die Geschichten aus dem Koran lesen viele von uns haben die Geschichten haben die Geschichten aus dem Koran gelesen ich gebe ein Beispiel vom Pharao von Musa a.s. Musa a.s. wer war sein Feind gewesen? der Pharao wer war der Pharao zu dieser Zeit? so ein mächtiger Herrscher mit Palästen die hatten diese Mumifizierung das ist eine Kunst die bis heute die moderne Wissenschaft nicht rausgefunden hat so eng umstand waren die die Pyramiden wie die gebaut worden sind das können die heute noch nicht nachvollziehen mit der modernsten Technik die waren auf einem hohen Niveau und der hatte eine riesen Armee und was passiert? viele von uns haben die Geschichten schon gehört aber du liest ohne nachzudenken im Traum erfährt er dass von den Kindern von Israel die unter seiner Herrschaft lebten ein Junge kommen wird der jetzt geboren wird und der ihm die Herrschaft wegnimmt was befiehlt er darauf? er befiehlt darauf alle Kinder zu töten alle Kinder zu töten die geboren werden alle Jungs alle jungen männlichen Kinder so die Mutter von Musa ihr wird dies ihr wird dies sozusagen überbemittelt und was macht sie? auf dem Befehl von Gott sie schmeißt ihn in den Nil rein Nil und Amazonas die größten Flüsse der Welt er schmeißt ihn in den Nil rein in eine kleine Box dieses Baby ein Baby gegen den größten Tyrannen der Welt und dieses Baby wird an Land geschwemmt wo? genau beim Pharao und wird von der Frau vom Pharao von Essiah aufgenommen und Allah sorgt dafür dass sie nach einer Milch nach einer Frau suchen die also das Kind stillen kann und er kommt zu seiner Mutter die ihn stillt und wechst mit dem Pharao seiner Hilfe auf kannst du dir das vorstellen? überleg dir diese Geschichte mal achi ein Baby gegen den Pharao und Allah will dass dieses Baby der will die töten bei ihm aufwächst achi deswegen dir kann keiner schaden achi das ist ein Baby wenn Allah hinter dir ist wer will dir dann schaden? wer das wohlgefahrene Allahs sucht und dabei den Menschen ein Dorn im Auge ist so wird Allah mit ihm zufrieden sein er wird dafür sorgen dass die Menschen mit ihm zufrieden sind und das Gegenteil und wer das wohlgefallen der Menschen sucht und dabei etwas macht was Allah nicht wohlgefällig ist so wird Allah mit ihm nicht zufrieden sein so wird Allah mit ihm zornig sein und er wird dafür sorgen dass die Menschen auch mit ihm zornig sind schau dich um schau dir diese Geschichte an das muss man sich wirklich hinter die Ohren schmieren und ich habe eine Geschichte erzählt von Al-Azib bin Abdus Salam einer der großen Gelehrten Al-Azib bin Abdus Salam war damals ein großer Qadi sein Buch was er geschrieben hat wird heute noch überall gelernt wenn jemand Qadi das heißt islamischer Richter werden will heute noch und er wurde eingeladen zu einem Tyrannen alle hatten Angst vor ihm sie haben gedacht wenn du einmal den Mund aufwachst gib direkt den Kopf ab und niemand durfte diesen Tyrannen mit seinem Namen ansprechen ansonsten gab es direkt Hauer gab es richtige Sänger auf jeden Fall auf einmal die sitzen so die sitzen vor ihm diese ganzen Untertanen von diesem Turannen auf einmal hörte der Tyrann hieß Ayub ja Ayub fürchte Allah und da fängt einer an mit ihm zu schimpfen und ruft ihm bei seinem an dem Feldball das Glas aus dem Mund was ist los ja Ayub fürchte Allah guck hier auf der Straße was ist da los du musst das Gute gebieten das Schlechte verwehen ja 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 Ayub der Tyrann kann als er sagt ja Asher okay alles klar warum achi weil Allah wenn Allah bei dir ist was will dir passieren nichts da kam nachher die Schüler zu ihm haben gesagt ja Asher wie kam das dass du dich das getraut hast er sagt ja ich hab diesen diesen Tyrann diesen Tyrann gesehen und dann hab ich an die Größe von Allah subhanahu wa ta'ala gedacht und dann hab ich den Tyrann kleiner gesehen als eine Katze und dann hab ich mit ihm geredet ja subhanallah so wird Islam dir Selbstvertrauen geben wenn du verstanden hast lahu maafis samawati wa maafil art dann Allah kann dir helfen wir sehen in der Zeit von Umar al-Khattab gab es einen Menschen in Jemen sie haben ihn ins Feuer geschmissen sie haben ihn ins Feuer geschmissen weil Allah wollte ist er rausgekommen das sind für Auliyah und Rahman und seine Fesseln sind durchbrannt und er ist aus dem Feuer rausgekommen heilen solche Geschichten sind passiert Sahaba sind in einem Kriegszug über das Meer gegangen über das Wasser gegangen das ist wenn Allah dir hilft das ist wenn man wirklich will aber du glaub mir du hast so viel Angst vor dem Tod jemand von uns hat so viel Angst vor dem Tod und es holt deinen ein umso mehr du Angst vor der Schöpfung hast umso mehr musst du Angst vor denen haben umso mehr wirst du erniedrigt werden aber wenn du Angst vor Allah hast dann wirst du erhöht werden weil die Angst die du vor Allah hast und die Angst die du vor Schöpfung hast sind zwei verschiedene Arten vor Angst weil von der Schöpfung läufst du weg das ist die Lösung aber bei Allah wenn du Angst hast vor Allah dann musst du zu ihm hinlaufen oh Allah es gibt keine Zuflucht vor dir außer bei dir weil du kannst dich vor Allah nicht verstecken und wenn du denkst weil du auf der Arbeit nicht betest die Menschen werden mit dir zufrieden sein das wird dir was Gutes bringen dann hast du dich geirrt glaub mir Allah ist der Herrscher dieser Welt niemand anders und es wird ein Tag kommen wo wir ins Grab gehen wo wir auferweckt werden und wo nur diejenigen ins Paradies kommen die diesen Glauben richtig verinnerlicht haben die für Allah gelebt haben denen ihr Herz dafür geschlagen hat und die denen ihr dafür geatmet habt möge Allah uns zu demjenigen machen diese religiologische praktizieren Amen dann ich kann so viele Geschichten in diesem Zusammenhang bringen dann zum Beispiel was man auch wissen muss ist wenn Allah ist der Besitzer dieser Welt das ist auch eine wichtige Lehre die wir hier aus dem Guck mal dieser eine Satz eine wichtige Lehre die wir noch daraus ziehen das heißt Allah kann mit dir machen was er will wenn Allah die ganze Welt Engel Propheten Salah nehmen würde würde sagen alle in die Hölle der hat das Recht dazu der wäre nicht ungerecht weil die sind sein Besitz du bist sein Besitz und wenn du das verstanden hast dann wirst du nicht sagen ja warum müssen wir Kopftuch tragen warum muss ich fünfmal am Tag beten warum muss der Mann Bart tragen die Frau kein Bart ich will das dass die Frau auch Bart trägt könnte sein dass einer der Meinung ist ich glaube weniger Alhamdulillah dass die Frau kein Bart tragen muss Alhamdulillah guck mal wenn du weißt dass Allah dein Gott ist gibt es gar keine Diskussion ich gebe dir ein Beispiel ein Beispiel wieder stell dir vor du gehst zu deinem Arbeitgeber und der Arbeitgeber sagt zu dir bitte zur Arbeit komm Krawatte anziehen den Anzug anziehen kein Problem ich will gerne die Arbeitsstelle behalten guck mal dass du deine Arbeitsstelle bei Allah behältst das ist dass du ein Diener sein kannst und nicht dass du denkst du könntest du könntest es ist natürlich keine Arbeitsstelle ich gebe das nur als Beispiel aber warum hast du Angst bei der Schöpfung und hast du keine Angst bei Allah wo Allah derjenige ist der alles kontrolliert und wo Allah derjenige ist der alles lenkt und wenn du nach seinen Regeln lebst wo du auf jeden Fall Erfolg haben wirst warum weil Allah sagt im Koran wer Gutes tut egal ob Mann oder Frau und dabei gläubig ist dem werden wir ein gutes Leben geben und schau dich mal um schau dich mal um die Leute die richtig gläubig sind nicht nur Kulturglaube mein Vater ist Muslim meine Oma ist Muslim mein Opa ist Muslim sondern die im Islam richtig leben wie sie leben wie sie glücklich sind Alhamdulillah ich kenne so viele Brüder jetzt die zum Islam zurückgekommen sind vor drei vor paar Wochen sind sie noch so durch die Stadt gefahren im Cabriolet und auf einmal sind sie zum Islam gekommen die sagen nicht ich will wieder zurück ich will wieder Cabriolet obwohl nicht dass jetzt jemand denkt Cabriolet ist verboten Cabriolet ist nicht verboten es ist schwer wenn es einem gefällt kein Problem ich meine sowieso ihr wisst schon was ich meine mit der Musik und hey und am rumfahren und einen auf Pool am machen und Disco und Schlag ein ja und Frauen und hin und her und schau dir an diese Leute die sich geändert haben wie sie glücklich wie glücklich sie sind ich habe noch nie jemanden erlebt der sagt ach ja ich habe viel vom Leben verpasst ich will gerne wieder anders sein Frauen genau dasselbe im Ruin so viele Frauen wir haben einmal wir haben immer die Geschichten aufgenommen von den Frauen die Islam angenommen haben da hat eine gesagt ich habe sie so kaputt gedacht ich weiß auch nicht jetzt mit Kopf man fühlt sich irgendwie wie die Milch in der Kokosnussschale hat die gesagt subhanallah und guck mal was die für ein Power bekommen hat guck mal jetzt jetzt fragen wir uns natürlich nehmen wir noch ein praktisches Beispiel für die Welt zum Beispiel Gebet bei der Arbeit viele Leute von uns sagen ja wir beten nicht bei der Arbeit ich brauche meine Arbeit guck mal wenn Allah will dass du die Arbeit verlierst verlierst du sie sofort und glaub es wenn du anfängst zu beten und du verlierst die Arbeit die Arbeit kann gar nicht gut für dich gewesen sein weil das Gebet nicht zu verrichten ist die größte Sünde eine der größten Sünden überhaupt man streitet sich was Schlimmeres Gebet zu verlassen oder Mord ja ist Tatsache und glaub es mir wenn du beten willst kein Problem nur die meisten trauen sich gar nicht zu fragen was soll der dagegen haben ihr habt so und so für Pause am Tag dann sagst du ihm ja Pause geh späten wo ist das Problem da wird keiner was sagen ein Freund von mir hat mir erzählt er ist damals immer in der Pause am Beten gegangen unter der Treppe dann kam da einmal der Chef hinterher hat guckt was er macht und hat gesagt du musst mich beten ach so ja hör ok wo ist das Problem der eine ist am Rauchen der andere ist am Saufen von mir ist in der Pause das waren die meisten wahrscheinlich nicht warum sollst du nicht in der Pause beten und glaub mir das kriegst du hin musst du Dua du musst Dua machen zu Allah und dann wirst du es auch hinkriegen ganz einfach dann das nur zu diesem Vers dann zum Beispiel auch mit Kopftuch das ist auch so ein Thema das sind auch so praktische praktische Beispiele ein Mädchen die hat uns kontaktiert über E-Mail hat erzählt ja sie hat jetzt das Kopftuch angezogen bei der Arbeit in der Ausbildung und jetzt drohen sie sie von der Arbeit rauszuwerfen dann hab ich gesagt die können viel drohen die dürfen dich gar nicht rausschmeißen vom deutschen vom deutschen System her können dich gar nicht rausschmeißen das ist nicht so einfach nur man lässt sich schnell einschüchtert das ist eine Einschüchterungsmethode komm zieh aus hat sie gesagt doch ich habe damals was unterschrieben dann hab ich gesagt heißt gar nicht dass das was du unterschrieben hast dass das irgendeine in diesem Land Rechtsgültigkeit hat womit sie dich zwingen können das Kopftuch auszuziehen was hat sich am Ende ergeben am Ende hat sich ergeben die kann weiter mit Kopftuch die Lehre abschließen das heißt guck mal aber man fängt immer am Anfang an zu zittern vertraue auf Allah und lass dich nicht direkt einschüchtern genauso in der Schule so viele Mädchen ziehen in der Schule Kopftuch an da kommt die Lehre du darfst kein Kopftuch in der Schule anziehen wo steht das hier schwarz auf weiß ich will gerne wissen wo steht ich darf kein Kopftuch tragen in der Schule weil wenn das so ist dann müssen wir leider in ein Land gehen wo man Kopftuch anziehen kann in der Schule ganz einfach müssen wir alle auswandern und dann lassen wir alles hier liegen Alhamdulillah was kommt danach wer liegt bei ihm Fürsprache ein außer mit seiner Erlaubnis was gibt das wieder Fürsprache außer mit seiner Erlaubnis was ist das für eine Botschaft das ist eine ganz wichtige Botschaft weil die meisten die Schirk begangen haben die meisten die andere neben Allah angebetet haben haben was gemacht haben dies warum gemacht weil sie die Fürsprache wollten das heißt die haben die nicht angebetet ist noch was passiert ich war nach Hause wegen der S-Bahn ach wegen der S-Bahn sagt der S-Bahn die soll wachten ok Bruder macht's gut ihr könnt das ja im Internet nochmal nachgucken Jazakumullah Khairan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum bis nach Kiel in der Nacht ist noch ein weiter Weg oder wo kommt der her so das ist ein sehr wichtiger Punkt weil das ist einer der Punkte durch die Schirk entstanden ist was ist Schirk für eine Sünde Schirk ist die Sünde die wo man nie mehr aus der Hölle rauskommt wenn jemand jemand anders neben Allah anbetet ja was war einer der Gründe wir haben eben gesagt die Mushrikun haben gesagt Allah ist der Schöpfer Lenker Herrscher des gesamten Universums aber sie haben gesagt wir beten die nur an damit sie uns Allah näher bringen das ist genau was heute einige Leute sagen wir beten nicht an weil der Gott ist wir beten Maria nicht an weil sie Gott ist sie bringt uns Allah näher oder sie sagen sie dienen neben Allah also beten machen Dua und so weiter zu lieben Allah an was ihnen keinen Nutzen bringt keinen Schaden und sagen diese sind unsere Fürsprecher bei Allah deswegen zum Beispiel der Prophet Muhammad beten wir ihn an damit er Fürsprache für uns macht machen wir Sektor zu ihm nein wie kriegen wir die Fürsprache vom Prophet Muhammad es gibt die Fürsprache richtig natürlich authentische Hadith aber der Prophet kann nur Fürsprache machen warum weil Allah ihnen die Erlaubnis gibt für wen gibt Allah die Erlaubnis für diejenigen mit denen Allah zufrieden ist Allah sagt im Quran sie machen sie machen nur Fürsprache für die weil die Malaika die Engel machen auch Fürsprache die Salehin machen auch Fürsprache kleines Kind kann für seine Eltern eventuell Fürsprache aber nur wenn Allah mit ihnen zufrieden ist das heißt derjenige der die Fürsprache machen darf der ist dadurch geehrt und derjenige für den die Fürsprache gemacht wird das ist nur Allah zeigt hiermit seine Barmherzigkeit dies ist ein Mittel wie Allah seine Barmherzigkeit zeigt ist das verstanden? das heißt die Fürsprache ist ein Mittel wie Allah seine Barmherzigkeit zu einem Diener zeigt für den er bestimmt hat dass er ihm vergeben wird und derjenige der Fürsprache macht wird dadurch geehrt dass er Fürsprache machen darf aber wie kriegen wir die Fürsprache vom Prophet Mohammed als allererstes indem wir als Muslime sterben denn wer als Nichtmuslim stirbt wissen wir ganz genau Allah sagt im Koran wer eine andere Religion als den Islam wünscht die wird von ihm nicht angenommen werden er wird dem Jenseits zu den Verlierern gehören und das ist ein Punkt worauf ich aufmerksam machen will für uns Muslime ist es oft schwer mit unseren Leuten darüber zu reden zu sagen guck mal dies ist der Weg ins Paradies alles andere für die Hölle warum? weil wir wollen die Gefühle der Menschen nicht verletzen mir selber fällt das auch schwer mir selber fällt das auch schwer aber wir glauben daran und wir müssen uns dem Ernst der Lage bewusst sein wenn du zum Beispiel einen Blinden siehst der läuft und vor ihm ist eine Kuhle dann wirst du nicht sagen ach ja ich will ihn jetzt nicht verletzen wenn ich ihn jetzt anbrunne und sage hey da ist ja eine Kuhle dann erschreckt er sich vielleicht weil der Schaden den er bekommt wird größer sein der nur das Mittel ist wie du es rüberbringst zum Beispiel ein Postbote ein Postbote oder du hast einen Paket einen Paketdienst der gibt dir beispielsweise ein Paket an der Tür der Inhalt der in diesem Paket ist da kann dieser Paketüberbringer oder Postbote je nachdem wie man es nennen soll kann der nichts dran ändern genauso können wir nichts an der Botschaft des Islam ändern aber es ist das mit wie du es rüberbringst bitteschön dankeschön beispielsweise mit dem Paket das ist das wie wir es rüberbringen müssen in einer guten Situation und wer es selber nicht sagen will der kann ja auf die Internetseite aufmerksam machen dann wird der Sinchala auch hören deswegen wir sagen das nicht den Menschen um die Menschen zu verärgern sondern wir sagen das den Menschen was wir für die Menschen das Beste wollen du willst doch nicht dass dein Nachbar dein Fußballkamerad mit dem du gute Zeiten erlebt hast dass der irgendwann verloren ist du willst doch für ihn das Beste oder natürlich wir sind doch eine Religion von Rahmah Allah sagt zum Propheten wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Welten geschickt und deswegen war der Prophet sehr deutlich in seiner Verkündung denn Allah sagt im Koran und viele von euch kennen das in Surat al-Yassin und so blickt nur die deutliche Verkündung nicht die Verkündung sondern deutlich dass man weiß worum es geht und der Prophet hat dies nie versteckt dass dies der Weg zu Allah ist das heißt die Fürsprache nur für den Muslimen nur mit denen Allah zufrieden ist ist ein Mittel durch das Allah seine Barmherzigkeit zeigt seine Vergebung zeigt und derjenige der die Fürsprache macht wird geehrt dadurch wie kriegen wir noch die Fürsprache vom Propheten indem wir morgens zehnmal sagen Allahumma salli wa sallim ala nabina muhammad und Allah gebe Frieden und Segen auf morgens nach dem Fajrgebet und nach dem Asrgebet Allahumma salli wa sallim ala nabina muhammad Hadith sahir er wird die Fürsprache kriegen aber durch wen du betest zu Allah und Allah wird dann dafür sorgen dass der Prophet wirklich Fürsprache machen kann anderes Mittel was sagen wir nach dem Azen ala humma rabbaha didawati taama was salatil qaima aati muhammad al wasilata wal fadila wabathu maqaman mahmun adi waqta und andere sagen inna ka la tukhifu mi'at hier gibt es meines Verschiehen ob das zu dem Hadith dazu gehört aber alhamdulillah das ist das Mittel das heißt der Prophet hat dir schon gesagt wie du seine Fürsprache nicht indem du ihm anbetest sondern indem du Allah darum bittest und du sagst so Allah Allah la tahrimni shafi'ata oh Allah verbiete mir nicht seine Fürsprache shafi'hu fiyah oh Allah mache dass er Fürsprache für mich einlegen kann kannst du auch du betest zu Allah alhamdulillah ist das schwer einfach wer kann dir was beantworten wer hat die beste Möglichkeit deine Dua zu beantworten Allah oder wer hat Macht über alle Dinge Allah wer ist derjenige der es liebt wenn du Dua zu ihm machst Allah denn Allah sagt im Koran kala rabbukum und unni astajiblekum Allah sagt euer Herr hat gesprochen macht Dua zu mir ich werde euch antworten wa iftastagithuna rabbakum fastajabalakum und wenn ihr Hilfe ruft zu mir wenn ihr euren Herrn um Hilfe ruft dann wird er euch retten dann wird er euch helfen dann wird er euch antworten so dann die nächste Sache Allah sagt ya'alamu ma beina aydihim wa ma khalifahum er weiß was vor ihnen liegt und was hinter ihnen liegt wir als Menschen leben linear das heißt hinter uns liegt die Vergangenheit wir leben in der Gegenwart und vor uns liegt die Zukunft wer hat Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart erschaffen? Allah ist Allah abhängig von Raum und Zeit? nein das heißt für Allah gibt es keinen Raum und Zeit von der er abhängig ist wir leben in dieser Raum und Zeit und Allah weiß was vor uns ist und was hinter uns ist alles und das ist auch eine Eigenschaft subhanallah über die wir nachdenken viele von uns sagen guck mal ist doch alles festgeschrieben wofür soll ich dann überhaupt arbeiten? das ist falsch denn du weißt ja gar nicht was für dich festgeschrieben ist Allah wusste was du tun wirst Allah wusste was du tun wirst und hat das was du tun wirst geschrieben aber er hat dich nicht dazu gezwungen das zu tun deswegen ist es totaler Quatsch wenn jemand sagt ja das ist ja schon geschrieben und hier war Umar al-Khattab radiallahu anhu einmal mit Umar al-Khattab und Abu Ubaid al-Jarrah sie wollten in ein Gebiet eine Razwa eine Schlacht führen wo die Pest war dort gab es die Pest also diese gefährliche Krankheit und dann hat Umar al-Khattab war am Zögern sollen wir da reingehen oder nicht? und dann hat Umar al-Khattab sich entschieden nicht dort rein zu gehen und dann hat Abu Ubaid al-Jarrah gesagt ja Umar al-Khattab fließt fließt du vor der Vorbestimmung Allahs und was hat Umar al-Khattab gesagt? er hat gesagt subhanallah dass ich das von dir hören muss ja wir fliehen von der Vorherbestimmung Allahs zu der Vorherbestimmung Allahs denn da du nicht dahin gegangen bist zeigt dass es nicht vorherbestimmt gewesen ist deswegen wenn du zum Beispiel ein Land hast du willst dein Pferd grasen lassen und du hast auf der einen Seite von dem Fluss hast du nur Stein und einige Kräuter und auf der anderen Seite hast du grüne Wiese dann sagst du auch nicht Allah hat vorbestimmt dass wir hier auf dieser Wiese jetzt grasen und dann gehst du nicht hier auf diesem Stein grasen und du gehst nicht auf die Wiese das Schwachse oder jemand sagt zu dir guck mal dieser Weg ist gefährlich und dieser Weg ist leicht und du sagst ja okay ich gehe den gefährlichen Weg Allah hat schon vorherbestimmt das ist Quatsch dann was viele Leute auch verrückt im Koran Allah sagt wir stellen euch auf die Probe um zu wissen wer von euch zum Beispiel der Beste im Handeln ist viele sagen ja wie ich dachte Allah wüsste schon alles warum muss er das dann wissen wir müssen das Wissen von Allah in zwei Kategorien unterteilen ilmul ghayb wa ilmul shahada das Wissen des Verborgenen und das Wissen des Eingetroffenen wir sagen zum Beispiel im Koran hua Allah u la di la ilaha illa hu alimul ghaybi wa shahada hur rahman hur rahim kennen sicherlich einige diesen Vers aus Sud al-Hashar ja das heißt er ist der Wissende des Verborgenen des Offenbaren das heißt Allah wusste schon was du vorher machst aber hiermit ist das Wissen des Offenbaren gedacht das heißt jetzt wissen wir das offenbar aber es ist geschehen ist das verstanden? nein? ist nicht verstanden okay nochmal neu Allah hat zwei Arten von Wissen Allah wusste schon immer was passieren wird ja in dieser wie nennen wir das Wissen jetzt? das was in der Zukunft passiert Allah weiß was passiert? Raib Wissen vom Raib Elmul Raib Wissen vom Verborgenen wenn es jetzt zugetroffen ist dann nennen wir es das Wissen von dem was passiert ist versteht ihr jetzt? ja jetzt jetzt ist das Wissen von dem was passiert ist das heißt Allah wusste sowieso dass du es machen wirst aber hiermit meint er jetzt das Wissen von dem was passiert ist was von Jahada ist das jetzt angekommen? ist es jetzt angekommen? oder immer noch nicht? braucht sich nicht zu schämen ist es angekommen? Alhamdulillah doch nicht? ja Pech gehabt nee okay nochmal neu nochmal neu Allah sagt im Koran zum Beispiel Allah sagt im Koran zum Beispiel wir stellen uns auf die Probe um zu wissen wer von euch die besten Taten macht weiß Allah schon was du machen wirst? ja Allah weiß was du machen wirst was ist dieses Wissen? was Allah schon wusste bevor du es getan hast was ist das für ein Wissen? Elmul Raib das Wissen vom Verborgenen jetzt wenn es passiert ist wie nennen wir es dann? nee das ist sowieso Wissen das eine ist Elm Wissen vom Verborgenen jetzt wenn es passiert ist wie nennen wir das Wissen dann? Elmul Shaherda das Wissen vom Offenbaren Alimul Rebi wa Shaherda Wissen vom Verborgenen und vom Offenbaren ist jetzt angekommen? ja ansonsten noch die Sache ganz einfach mathematische Formel so musst du rangehen dann kommt die Lösung raus Alhamdulillah und nicht zu viel philosophieren Alhamdulillah jetzt weiter und sie umfassen nichts von seinem Wissen außer was er will was heißt das? erstmal zwei Bedeutungen nichts von seinem Wissen das heißt wir wissen nichts von Allah außer was er will womit er sich offenbart du weißt zum Beispiel nicht wie sieht Allah aus wieso du weißt nur womit Allah sich beschafft du weißt Allah ist barmherzig Allah liebt die Gläubigen Allah ist allsehend allhörend und so das womit er sich offenbart aber du kannst jetzt nicht sagen du wirst sagen andere Dinge erzählen von Allah außer die Allah dir offenbart und das ist verboten streng verboten im Islam über Gott zu reden was man nicht weiß was der Beweis dafür Allah sagt im Koran das heißt Allah hat also die Schändigkeit verboten das was offenbar ist also das was öffentlich gesagt hat und das was verborgen ist und die Sünde und die Gewalttätigkeit ohne Recht und dass ihr neben Allah anbetet wozu er keine Vollmacht herabgesandt hat und dass ihr über Allah sprecht was ihr nicht wisst und hier erwähnt Allah dies sogar nachdem er den Schirk erwähnt als wenn es noch schlimmer ist als der Schirk als wenn es schlimmer ist als die Größe sind überhaupt jemand anders neben Allah anzubeten ja und auf der anderen Seite wissen wir auch nur das wozu Allah uns die Fähigkeit gegeben hat beispielsweise die Wissenschaft also es gibt immer mehr Fortschritte in der Wissenschaft aber es gibt so viele Dinge die wir noch nicht wissen die Medizin sagt heute dass sie 40% des Körpers des menschlichen Körpers erst erfasst hat wissenschaftlich das heißt wir kriegen nur das Wissen was Allah subhanahu wa ta'ala uns gibt und das ist eine Niama das ist eine Gnadengabe von Allah das Wissen ja dann die nächste Sache ist das heißt sein Stuhl breitet sich aus über Himmel und Erde jetzt das hören wir oft der Thronvers wir sagen Ayerl Kursi ist der Thronvers aber Arsch heißt Thron Kursi heißt nicht Thron Kursi ist der Thronschemmel das heißt normalerweise bei einem Thron das was unten an dem Thron hängt ja nur ein Teil von dem Thron und er sagt übrigens der Thron ist nicht Allah nicht dass jemand denkt der Thron wäre Allah ja der Thron ist ein Schopf ein Geschöpf von Allah subhanahu wa ta'ala das gewaltigste Geschöpf er sagt dieser Kursi also der Teil der unten am Thron ist breitet sich aus über Himmel Samawet er sagt nicht über Samah Samah ist ein Himmel über den Himmel wie viel Himmel haben wir sieben über den Himmel jetzt und über die Erden jetzt sagt Allah jetzt wissen wir heute dieser Himmel diese Galaxie die wir haben ja da gibt es Milliarden von Milliarden von also dieses Universum gibt es Milliarden von Galaxien und die Entfernungen sind so weit dass wir es nicht mit Kilometer messen weil es wäre viel zu viel sondern mit was mit Lichtjahren ein Lichtjahr ein das Licht also was das Licht in einem Jahr zurücklegt welche Entfernung das Licht in einer Sekunde geht das Licht eine Entfernung von 300.000 Kilometern jetzt überlegt mal ein Jahr das Licht geht ein Jahr durch in einer Sekunde 300.000 Kilometer in einer Sekunde 300.000 Kilometer und es gibt der man sagt der nächste Stern der nächste Stern ist 4,25 Lichtjahre entfernt der nächste Stern und der weiteste vielleicht eine Milliarde Lichtjahre und das was du siehst ist nur eine Reflexion also das heißt der Stern den du siehst am Himmel der ist den gibt es vielleicht gar nicht mehr weil das was du siehst das braucht so und so viel Lichtjahre bis es bei dir angekommen ist das heißt das ist noch die Reflexion der Stern den gibt es vielleicht gar nicht mehr jetzt überleg mal dieses Universum wie riesengroß das ist und der Kursi dieser untere Teil vom Arsch breitet sich aus über Himmel und Erde la ilaha illallah und jetzt kommt das Beste Allah sagt im Koran wa la qad zayyanna samaa dunya bi masabiha wir haben den untersten Himmel den Himmel von dunya mit Lampen geschmückt das heißt die Sterne das heißt dieses Universum was du kennst diese Milliarden Lichtjahre das ist vielleicht gerade mal der erste Himmel und wir haben es mit sieben Stück zu tun und der Kursi ist im Gegensatz zu den sieben Himmeln wie wie ein also die sieben Himmeln sind im Gegensatz im Vergleich zum Kursi zu diesem unteren Teil vom Arsch wie einen Eisenring den du in die Wüste wirfst la ilaha illallah und diese Kursi ist im Gegensatz zum ganzen Arsch wie ein Eisenring den man in die Wüste wirft la ilaha illallah guck mal und dann was sagt Allah dann wa la yaudu wa efduhu und ihn Allah bereitet es überhaupt keine Schwierigkeit das beides zu erhalten das ist Allah guck mal was Allah erschaffen hat Kursi Arsch sieben Himmel alles das ist der allmächtige Gott und wisst ihr was das schönste an der Sache ist dieser allmächtige Gott hat dir angeboten seine Liebe Allah liebt die Gläubigen Allah liebt die Mohsinun die das Gute tun und du bist ihm nicht gleichgültig der hat Bücher herabgesandt für die Menschen halte dich daran hier ganz einfach sich dran zu halten ist das schwer und wenn du dich nicht an alles hältst aber du hast einen Fehler gemacht was sagt er dann oh meine Diener die euch selbst Unrecht getan hat weil ihr habt nicht ihm Unrecht ihr habt nicht Allah Unrecht getan ihr habt euch selber Unrecht getan verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs deswegen gebe ich jedem hier den Tipp verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs und geht einen Schritt auf Allah zu denn Allah sagt in der Heiligen Hadis wenn mir eine Handfläche entgegenkommt dem komme ich eine Elle entgegen und wenn mir eine Elle entgegenkommt dem komme ich eine Armlenke entgegen und eine Armlenke zwei Arme und wenn mir entgegen geht dem komme ich entgegen gelaufen deswegen gehe einen Schritt fange heute an das Gebet zu praktizieren fange heute an dich mit der Religion zu beschäftigen du wirst glücklicher werden und inshallah wird Allah dich ins Paradies bringen möge Allah uns ins Paradies verbringen und dich vor der Hölle retten möge Allah uns von der Hölle retten und es ist nicht schwer der Prophet sagt fünf Gebete hat Allah euch vorgeschrieben bei Tag und in der Nacht wer daran festhält hat einen Vertrag bei Allah dass er ins Paradies führt aber es heißt richtig daran festhalten ist es schwer ich frage dich bei Allah ich frage dich subhanallah ist es schwer fünf Gebete zu machen wenn jemand zu dir sagen würde du musst fünfmal am Tag zehn Minuten arbeiten dann kriegst du 1400 Euro im Monat das wäre so leicht für dich schau dir an welchen Lohn Allah für dich hat dass du ins Paradies gehst dieser Gott dieser allmächtige Gott der nur mit perfekten Eigenschaften beschrieben wird den du lieben musst der das ganze Universum erschaffen hat der sieben Himmel sieben Erden erschaffen hat Kursi Arsch alles größer als du dir überhaupt vorstellen kannst und du kleiner Mensch du Ameise du nichts du nicht mal Sandkorn du bist wichtig für ihn das heißt also was heißt wichtig für ihn das heißt nicht dass er jetzt von dir angewiesen wäre aber du bist ihm nicht gleichgültig er hat dir diesen Koran geschickt er hat dir die Propheten geschickt dass du ihm dienst und er bietet dir diese Barmherzigkeit an dich ins Paradies zu führen schau dir diese Sache an wenn wir das wirklich richtig verstehen subhanallah glaub mir dann werden wir wissen mit wem wir es zu tun haben und jetzt schau dir den an der das alles erschaffen hat wie siehst du dann den Tyrannen der dir erzählt du darfst das und das nicht von deiner Religion machen der ist noch nicht mehr eine Katze der ist noch nicht mehr ein Schwanz von einer Ameise die Ameise hat glaube ich gar keinen Schwanz subhanallah hier und dann was sagt er dann und das ist ihm nicht schwer beides zu erhalten Himmel Erde einfach für ihn und dann sagt er und er ist der Hohe der Erhabene der Gewaltige hoch über seine Schöpfung hoch subhanallah niemand kann ihn niemand kann ihn besiegen und er ist der Gewaltige Hamdallah und dann nochmal zu dem Ayat al-Kursi einige Sachen wann sagen wir Ayat al-Kursi der Prophet Sassam sagt er sagt er sagt er sagt wer Ayat al-Kursi nach jedem Gebet liest den wird nichts davor aufhalten ins Paradies zu gehen außer der Tod also der wird sterben ins Paradies gehen Alhamdulillah und dann sagt er da gibt es eine Geschichte mit Abu Huraira radiallahu anhu er hat die Sadaka beschützt Abu Huraira ist der Sahabi der die meisten Hadiths überliefert hat warum weil Abu Huraira war ein Mensch mit sehr weichem Herzen und viele Sahaba haben viel zu tun gehabt der eine war Tajir Händler der andere hat andere Sachen gemacht der andere war Händler ja und Abu Huraira war jemand der den ganzen Tag nur den Propheten beobachtet hat was der Prophet macht und dieser Hadiths in Bukhari eines Tages hat die Sadaka bewahrt und da kam ein Mann und wollte von Sadaka schicken und Abu Huraira hat die festgehalten er hat gesagt meine Familie meinen Dienstag und hat ihn gehen lassen dann kam er zum Prophet und der Prophet wusste schon es ist jemand zu ihm gekommen und hat gesagt er wird nochmal kommen dann kam er am nächsten Tag wieder ah meine Familie und hat ihn wieder gehen lassen weiches Herz aber Huraira dann am nächsten Tag er kam wieder hat ihn festgehalten jetzt bringe ich dich zum Propheten hat er gesagt okay wenn du mich losdest ich werde dir etwas sagen wenn du das in der Nacht liest bevor du ins Bett gehst wird dich der Shaitan also wirst du vor dem Shaitan geschützt sein und hat er gesagt er geht den Kursen da kam der Propheten er wusste guck mal er war selber der Shaitan Abu Huraira wusste das nicht der Shaitan wusste schon wie er Abu Huraira bekommt warum weil Abu Huraira ist jemand der Wissen haben will von der Religion ja wie wie kann der Shaitan und er ist jetzt im Propheten und dann hat der Prophet gesagt er hat recht der der das war ist ein Kelvick ein Lügner aber er hat die Wahrheit gesprochen er ist der Shaitan er hat die Wahrheit gesprochen warum weil er hat Erfahrung er weiß wenn er hier den Kursen gelesen wird er kann den in der Nacht nicht an dich rankommen deswegen lese Ayatel Kursi von Nacht nach jedem Gebet und handel nach dem was wir an Nutzen von diesem Vers gelernt haben Alhamdulillah möge Allah uns zu den Aufrichtungen dieser Religion machen Amin und uns gutes Verständnis von der Religion geben und uns zu leuchtenden Beispielen für den Islam in diesem Land machen Subhanakallamu Alhamdulillah Allah-Ilah-Ilah-Ilah und der Staffel über 2-Bereich über 2-Bereich